Das ist er, glaube ich. Mach ihn weg. Alter, ich hole meinen Asch raus. Oh, ich sehe mal, das schlecht ist das geworden. Untertitelung des ZDF, 2020 Also, das ist, glaube ich, leer Georg Dana Bauer … Und du kannst ihn sehen, wenn man die zu halle wieder hier liegt die packerarmor man braucht die packerarmor draußen? ja spieler? also die lauteste waffe der welt oder was? der ist hinter dir oder? oder hinter mir kommt großes Tor da ist noch was bewegt sich was Granate der lädt nach der kommt zu dir down ich komm rein ich bin drin wieder ich muss mich heilen ich muss mich heilen das ist halt Single Shot schießen diese Waffe schon krank so großes Tür vielleicht? oder hinter dir? das ist er glaube ich mach ihn weg also ich hole meinen Arsch raus alter Beste alter net zu krass jetzt net zu krass ne getauscht alter der 10 Meter 10 Meter lang Shotgun guckst du kleine Tür kurz das ist hier hinten holz ich hasse es gab es im Gebüsch mann down es rennt was guckst du kleine Tür ich müsste in Zukunft wenn wir den Run machen Geld mitnehmen fürs Auto oben ja es gibt glaube ich auch angenehmeres wie da jetzt Draftat ein so warte mal ja aber unser Weg ist jetzt auch nicht sonderlich angenehm ja stimmt auch oder du Leuschholz oder? ja ich check mal hier draußen langsam ab guck auch da Richtung hinten großen Stein scheiße muss denn kann man nicht einfach mal da sein? ja vor allem dann wenn wir halt mal gute Positionen haben und nicht total beschissen darstellen und der uns auf den falschen Fuß erwischt da oben rennt einer zum Exit ja ich sehe ihn ja 2 2 mit Skaff muss der andere von dem? keine Ahnung da ist von rechts gelaufen habe ich kurz gesehen keine Ahnung da ist von rechts gelaufen habe ich kurz gesehen wie kann ich down sein wie geht das? wo bist du? rechts an den Felsen alter was hatte der für kranke Munition alter scheiß Gaff ich bin komplett fast down alter ich habe den den alter den 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 des Clarke ich bin komplett halb runter komplett linke arm kaputt wow was ist jedoch actually I am aber ich verstehe das nicht wie könnte es sein alter Es gab noch mal, Alter. Alter, jetzt kommt ja alles, gab's ja, oder was? Alter, was geht ab? Soll ich was? Wo soll ich das Zeug von dir hin? Ja, ich schmeiß das irgendwo da hinten in die Felsen rein. Am besten möglichst weit unten am Wasser vielleicht. Ich werde beschossen. Alter, was ist das hier? Bin fast down. Nice. Horrors gab's, oder was? Wie kann ich so... Damage ziehen, Alter? Das ist natürlich so... Das ist natürlich... Das ist trotzdem fast meine Sachen, oder? Ah! Meine Dorf! Ich weiß halt nicht, ob ich deine Leiche selbe, deine Sachen selbe kann. Das Exit ist auch nicht da. Ich muss dich eigentlich nur verarzen. Meine Beine und alles. Beide Beine und Arme kaputt. Ich hab's gar nicht gesaved. Die Waffe. Die Waffe. Die Waffe. Die Waffe. Die können das sein, Alter. Die können das sein, Alter. Die können das nicht mal so falsch ist. Wenn ich Shotgun spiel, also ich krieg nie jemanden tot. Die haben sechs Hydrationen. Sechs Hydrationen. Kann ich auch zu dem Stein hinter, gell? Ich muss nicht zwischen dir das Tor. Weiß ich nicht. Ich muss auch wieder rausgehen. Naja, ging. Das hat aber nichts angezeigt. So rund, das ist... Das nächste Mal ziehe ich die Packe auch mal an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.